Was Sie hier sehen, ist keine neue Krankheit. Es ist der Ausbruch menschlicher Kultur. Es begann vor 3,3 Millionen Jahren in Afrika. Unsere Vorfahren stellten damals erste Steinwerkzeuge her. Zugegeben, sie sind ziemlich grob und nicht gerade schön. Aber sie stehen am Beginn eines neuen Umgangs miteinander. Gemeinschaften, in denen man von anderen vieles lernen konnte, wurden wichtiger und enger. Mit Kultur erschlossen sich Menschen neue Ressourcen wie Nahrungsquellen und Feuer. Und mit diesen eröffneten sich neue Lebensräume. Vor zwei Millionen Jahren begannen Menschen erstmals von Afrika aus, die weitere Welt zu besiedeln. Und dabei schufen unsere Vorfahren immer ausgefeiltere Werkzeuge bis hin zu kleinen Kunstwerken. Die Forschungsstelle Rocky erforscht die Menschwerdung von ihren Anfängen bis 20.000 Jahren vor heute. Wir sammeln Daten zur Entstehung von Kultur und den frühen Ausbreitungen der Menschen von Afrika nach Asien und Europa. Was wir von Rocky kaum haben, sind Bilder. Aber wir besitzen mit unserer Datenbank Rot den weltweit größten Datenschatz zu den über drei Millionen Jahre der frühen Menschheitsgeschichte. Wir bieten für Coding Da Vinci Daten zu fast 1000 georeferenzierten Fundstellen. Den dort gemachten Funden, den dazugehörenden Datierungen und Kurzbeschreibungen. Probieren Sie es aus und helfen Sie uns, den Schatz der frühen Menschheitsgeschichte für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen.